Hey Leute, ich bin Bigspin von SK Gaming und das ist meine Clip. Komm rein! Das ist der Bigspin! Na? Hier, einmal Ihre Karte. Danke dir! Ich liebe diesen Kerl. Was ist los? Komm mit! Alle meine Entchen schwimmen auf dem Meer. Janik kann nicht spielen. Rock'n'Roll! Die Band ist echt grässlich. Lass uns essen gehen. Jetzt gibt es Essen. Lecker Burger. Ist denn dein Burger mit Lecker und Samen? So, this is where the magic happens. Komm rein! Habe Ruhe, weil Hegler es nimmt grad auf. Never gonna give you up! Never gonna let you down! Never gonna run around and desert you! Und wie war's? Stark, oder? Ja. Sehr stark, sehr stark. Das war stark. Wie du siehst, die Jungs sind besser im Gaming. Wir gehen mal weiter. Jetzt zeige ich euch, wo ich meine Batterien auflage. Komm rein! Wie du siehst, zahlreiche Sitz- und Liegemöglichkeiten. Wenn du mal einen geschressten Tag hattest. Ganz gechillt. Hier rein. Und alles ist gut. Wir haben natürlich auch einen Schlafbereich. Der ist aber gerade belegt. Deswegen muss man ein bisschen leise sein. Die Frage ist, was ist das? Was geht mal? Schön, dass ihr hier wart. Für mich heißt es jetzt noch ein bisschen Sonnenuntergang genießen. Für euch heißt es jetzt Abfahrt. Für euch denkt, was wir zum Anstieg in den ganzen altri? Ich habe doch nur 50 Euro für diesen ... Na? Ich muss hier drauf. Jetzt lasse. Soll ich hier oder hier gerade? Ja, das. Okay, ready? Echt? Ja. Rock'n'Roll? Ja. Nice. Danke. Hätte ich. Danke mal. Wow, ich bin jung. Du musst das sagen, Alter. Ja. Du hast einen Job. Du musst sagen, deine Scheiße ist ein Messer und Rabbel. Ja, aber ich bin dabei. Ja, wir machen vorbei jetzt. Das war so wunderschön. Mein Herz ist gerade aufgegangen. Das war krank. Das war's mit dem happy Ending. Das war krank. Das war ein Twister, wenn du. Ja. Sad Ending. Ja. Das war's für andere Seite. Okay, du musst einfach auf die andere Seite. Da kommt auf die Hauber hoch. Was machst du da? Ja. Ja. Ja.